hallo dort und herzlich willkommen zu pokémon feuerrot von meiner seite aus er hat es richtig gesagt und bei mir zum blatt grün wenn er meistert so um ich werde mir vor heute heute ich werde mir vor heute vor heute nehmen genau um zu tun und eine vorhörte ich habe alle pokémon trainiert und ich gehe weiter ja und ich kümmer mich jetzt auch erst mal um den Rivalen und das Ziel der heutigen Folge ist es bei mir um Majorin Bupina zu killen mein Ziel ist nicht zu sterben wer hätte das gedacht wer das gibt denkt getankt ja bei werden wer war beim tanken er hat nur die es doch dauernd an der Zapfsäule war ein Schieber trank wurde zu einer Landsatbeere einer was einer Lassatbeere Lassatbeere jetzt ein Erlass aber mit dem guten Pferdefleich ein Stattdach überwörtlich sind doch hatte doch lasst uns plaudern ich besitze nur Wasser pokémon Prozent er wird gut das hat der andere wie heißt er Angela Albrecht gesagt der ins Monat einsetzt das ist ein anderer schlägt geben erledigen er lieben Anlass in der Ferien Engel in der Städte immer diese Engel Rappi Karel der letzte Einsatz von Rappi du überlebst das mir wäre fast Schocks gestorben oh nein doch los Pepily siege Radikalüdy jetzt kommt ein Slimer nein ich wollte nicht täckeln Pepily täckelt jetzt ein männliches Radikal lecker lecker und Radikal schlägt erst mal mit seiner Rute umher wenn es Spaß macht also die Rute ist lang genug Wink 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 er schlägt mit seiner Rute und ich täckel sie ja ja denk mal drüber nach ja Schocks wurde nicht vergiftet M das wurde aber verparalysiert gibt es zu nein es tötet aber Müller Plastien die Städte das wird so ein besorgen und neuer Rating in die Stimme verstehens in Ränder wird ja ja die Gigi doch einfach so wie die Kartoffel dass die Kartoffel aus dem Spiel ist noch nicht mehr in Pokémon Feuerhaut mit integriert ich bitte dich ich hätte die Versucht Superschall zu leeren wow willst du jetzt etwa jeden alles und jeden verwirren ja am besten bringen wir Hypnose bei der Welt ich will alles hypnotisieren so und jetzt darf ich doch gegen den Gunnar den Gunnar mit meiner Ratte mit meiner langen Schlange nicht Ratte die Komik auf Ratte das ist eine Schlange naja sind ja ziemlich ähnliche Tiere muss man sagen die haben beide einen langen Schwanze ähm yey da kommt doch Freude auf ähm ja für dich ne hm 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 vielleicht nein fick dich Kadabra nein keine Lust das hat Aussätze eingesetzt das riecht nicht mehr beißen oooh ich mein die Staubfusse kann nicht mehr beißen wie war das mein Schilock beißt es zu Tode äh jetzt ist nichts mehr mit beißen äh ja dann Aquaknarr ich ist jetzt zu Tode äh die ist jetzt zu Tode äh die ist äh die ist wer gefundenes Fressen für Kai Debra Abrak Debra Simsalda Bäm ähm nein es gibt keinen Bäm vielleicht kommt das ja noch weil die eine vierte Entwicklung für einen Simsalda einfügen natürlich wow TM Flammenwurf gefunden easy wer kann das lernen K K Wetten Chris hätte das gelernt erlernen können werden wir nie herausfinden Schocks kannst lernen also Schocks war ja Bummels ne nein jetzt ist es inzwischen ein Mund hier ein ganz munteres Tier hier aber er hat mich nicht in selben dumm Spruch gleichzeitig gebracht wie du siehst da beziehungsweise wie du hörst oh Leute ich hab zu viel Zeit mit dem verbracht was zu dir gefälligsten anderen Teamspeak Server ey die kenne ich schon viel viel länger als du in Tens Tens ja als du drin zähltest was ich kenne den Server schon viel länger als du drin Tens also zählt ist ähm macht die Vibrator App aus Oh Gott nein was denn soll ich wirklich vorlesen was da steht ja Ed Shadow Chris LP folgt dir jetzt auf Twitter also Leute alle zu Ed Shadow Chris auf Twitter und edit ihn nicht am besten deabonniert ihr mich noch und löscht alle meinen Kanal am besten abonnieren und was schreiben und gleich danach deabonniert genau so muss das schreibt seine Videos sind voll cool und deswegen hasse ich dich genau komm schon dieser Knopf geht down ne ich komme nicht ich hab Tarsilo besiegt und Kasse Deadpool entwickelt sich oh es wird so lange entdeckt die Schlange entwürft wird der Köln etwa zum Geld Schwimmbecken an Bp zum den Ballen Bad der Teil von Hattel ich glaube so viel Zeichen habe ich nicht Glückwunsch ein Deadpool wurde zu Arbok Arbok Bock hat eine fette Bockwurst was ich nicht ganz verstehe Arbok sagt er immer Arbok Bock wo kommt das Bock her es ist eine Schlange und kein Bock really ja es hat halt so viel Bock aufgeben gewisse Dinge und ähm ach so das macht auch Sinn das würde auch erklären warum das so lang ist ich kämpfe jetzt gegen ein wildes äh gegen ein wildes Rettern ja wildes Rettern von Matrose ähm ich sag mal nichts dazu oh boy warum tust du mir das an was oh girl der kann nicht Michael da musste ich auch denken da musste ich auch grad denken ja mal was ich hab nichts gehört how dare you Gesundheit wieso dieser Knosp Ranken hebt Kirin gerade zu Tode also wenn das so weiterläuft dann komme ich nicht zu Majorin Bobina es sind erst acht Minuten um das schaffst du noch musst du halt die Vorhäute auf mal weglassen die Vorhäute das hast du gesagt dass du deine Vorhäute heute irgendwas machen willst damit Och Kirin es wird doch endlich mir fällt ein ich hab ja noch nen Aufwecker ja Chris gg weißt du ich hab kaum noch Tränke dafür hab ich Morgengrauen ja ich würde doch bis zum Morgengrauen hier sitzen wenn mir das gerade nicht wieder aufgefallen wäre dass ich eigentlich noch nen äh auf Neckherr habe wieso setze ich Stachelspore ein ich wollte Windstoß benutzen stößt du etwa jemanden mit Winden ja und der spuckt mich dafür an mit Schlammbart der lässt mich baden in Schlamm okay ähm ich hab jetzt nen Vorteil Crit Bitch Peter have my money Och komm schon nein ich komme nicht immer noch nicht dieser Knosp kann nicht mehr angreifen wieso nicht es hat keine AP mehr auf Rankenheap ja da hast du wohl zu viel getan setzt es nur noch Schlafpuder ein oder ähm Giftpuder oder Stachelspore und das wieder mit Schlafpuder daher ich glaub da hast du zu viel getankt nicht und die gesamte Zeit jetzt keine Wirkung mehr es beegelt mich mit Samen ich sagte zu nichts mehr es gibt es doch zu dass dein heimlicher Traum dass du auch von Samen belegelt wirst ja oh ein Voltilam das ist mein Heim ein Heim Traum mein Heim Traum ja wenn ich ein Voltilam bekomme dann ohne egal ob es männlich oder weiblich ist ich weiß den Namen oh nix oh nix ethisch ethisch äh ethisch ähm ach so schlechte Laune denk an äh tisch wenn ich schlechte Laune hab für ich mir da eins seiner letzten WhatsApp Audios an hahaha warum ähm g ich sag nur ähm OVA ähm ja was da war grad grad so ein Luftbuch ich weiß es nicht was da war ich weiß noch irgendwas von was war das ein öffentlicher Verkehrsanhalter genau so dann nutze ich doch grad mal den Aufwecker um Cedos aufzuwecken bist du schon fertig mit deinem Rino und nein immer noch nicht Alter was kannst du eigentlich nichts und davon ganz schön viel ich weiß ja das ist meine Standardantwort und dafür steh ich mit meinem Namen wirst du dir nicht zufrieden anderen Namen suchen nein los Cedos Slam dieser Knosp tot da musst du natürlich auch schon für treffen au eben mal auf die lange Ranke hahaha genau war was? ach komm schon Cedos wieso triffst du nicht ah warum ich werde die komplette Folge nur mit dem Rivalen zu tun haben was zur Hölle ich hab irgendwas gehört von wegen du fließt zu und da schläft schon da schläft Cedos schon wieder das tut er eh immer was hast jetzt du gesagt los heil meine Pokémon blöde Frau auch zu Karten Nuss gesagt ich hab los gesagt ich hab die Nuss verstanden ja Nuss blöde Frau heil meine Pokémon haha oh boy warum Cedos warum Antwort Cedos mit Z am Ende damit es am Ende geht er nicht wir machen so viel Werbung für den Amt Cedos und der weiß davon gar nichts ich glaube er wird davon auch nie erfahren wer weiß vielleicht schicke ich ihm einen Link zu deinem Video ehm oder ich hole Link ab ehm ah how dare you bist du inzwischen schon fertig nein ich weiß wie die Folge heißt Hugo der Boss M bin es grad gezwungen mit Storpfusse zu kämpfen ok und zu was wurde diese TM was was wird's was wird's wohl Blitzkanone ne sehra auch wir so haben die mir die TM geklaut was macht's hier auch nicht mal dafür hast du doch schon dafür hast du doch schon Lammenwurf ja der Lammenwurf wer kennt ihn nicht den berühmt den richtigen Lammenwurf ja man dieser Knopf ist down das hat er als letztes 5 Minuten das hat er als letztes Hallo Foukano und Foukano im normalen Spiel ähm ich hab grad vergesst dass es ein Render Meiser ist ich hab grad extra Bookman vorgetan damit ich was gegen gegen die Foukanos hab in der MS Anna in der MS Anna der hat aber keinen Foukano ne der hat ein Anno Ritt ein Anno Ritt er oder der Anno Rittgen ja es ist männlich Boah der Tumor ist der Robel Schropp Robel Schropp Robel Schropp ja das steht in der Textbox wenn du den äh Kapitän massiert und die Musik dazu ist die Heilmusik aus dem Pokémon Center dem 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 Robel Schropp was du schon wieder so gut mit Robel und Schropp mit diesen lauten was sehe ich auch gerne andere Leute er schweigt und genießt ich versteh schon ja genießt meine Zähne tun mehr leid und das kommt noch mal ein Nikolais wie spricht man den Namen aus Nikolaus 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 äh die LR und S geschrieben die ähnert zu können jetzt ganz mal langsam entfernt ja bei mir auch ja nur weil die ich überhaupt noch mit dem Aufmerksamkeit angefangen ja ich bin das nicht immer schön drücken presse ich bin schwanger ja ok ich werde eben ich bin schwanger im achten Monat das wird ein Elefant der Rüsselheng schon raus was ja ich hab den Folgentitel ich hab schon Folgentitel und der wird der Rüsselhengst der Rüsselhengst Schwangerschaftsgeheimnis der Rüsselhengst und raus geil der ist nichts da kann man auch noch das ein Kämpfer ein Oppi die Rotznase was fällt dir ein hast du dir etwa wieder nicht die Nase geputzt? der hat ein Dratini der Rüsselhengst wer kennt's nicht? natürlich was auch sonst wow ich bin grad zu blöd da oben steht Tm Zerschneider Tm Zerschneider vor allem Vm Zerschneider und ich suche danach du scrollst ganz nach unten ja hab ich gerade wirklich das vergesse ich auch ab und zu dass bei Black Green und Feuerrot die Vms ganz oben sind und da wird äh tisch äh tisch eine eine CD auf den Kopf gehauen einmal schön draufgeschlagen und dann kannst du die Attacke ja mann ich kämpfe mit Sandra gegen ein Dratini gegen den Sanddrachen ja der mich mit einer 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 Windhose angreift einer windigen Hose ja der Lüfte aber ganz schön steil seine Hose ähm Wollkick mit Aussicht auf Hosen ähm boah Sandra sei nicht mal paralysinitiert so und dann begeben wir uns doch jetzt erstmal in die Arena es sind 1,2,3 Trainertinnen ich weiß das hier ist kein Spielplatz wurde mir von einer Matrosen gesagt er hat ein Pikachu 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 Peter Chan und Schaufler vor Sandra was kannst du eigentlich Sandra du bist genau so schlecht wie Chris bis Pikachu One Hit Kill bis zum nächsten 300 69 Erfahrungspunkte mit mit was war Prozent solange Prozent mach es kaputt du umwegte es nicht hat sich nicht kann das auch das umgekehrt sich mit einer reine Köln seit wann hat Trattini Ranken wer die Animate sind an der Köln der Animation zufolge ist das eine Ranke ich dachte ich mit seinem langen Schwein das Fettbewerb ein Ehe ich möchte ob man ein Kind tun müssen ja genau 1 Prozent ich hatte ein paar definitiv beenden nachdem ich Mädchen Dorn habe ich habe keine Tränke mehr und bräuchte eventuell noch zwei, drei Paare Heiler dann kauft er welche ich habe über 26.000 wenn ich jetzt den Sternenstaub wenn ich jetzt den Sternenstaub noch verkaufe habe ich über 27.000 X-Angriff brauche ich auch nicht Rich Boy würde ich sagen Rich Boy Mia ja das kommt manchmal du musst mal darauf achten in einer Randomizer wenn du die Trainer Namen und Trainer Klassen änderst dann kann es sein dass dann irgendwann mal Rich Boy Mia steht und das ist total witzig lustig und so in natürlich ist hier nichts drin dass das die Frau die was uns tut will ja die Reden von langen Reisen mit dem Knuddel Luft da unten liegt normalerweise die tm durchbruch hier habe ich mal gucken was ich bekommen weiter Tissi Miro um den M war was denn mit Mechaniker Alfred ja Sandra mach ein Critical Hit jetzt ist es weg verdammt ich habe einen Fehler gemacht egal schaufel es tot ein farbigel ein farbiger Igel ja ein farbiger Igel hey jetzt schwingen hier bloß nicht die Rassistenkeule er hat einen grünen Schwanz ich erinnere dich nur an die Sache mit Kokowai Was war da? Etich ja genau was war da? Etich Kokowai Etich Kokowai Etich Exeguen Etich Exeguen Etich ja das englisch klingt das so komisch mhm Kokowai wilder Platt oh ein Voltilamp von Teenager Günther da Kunde bei Cherry Saat Cherry Saat hier kommt es auf Cherry Saat Prozent Hintergrund Rahmen steht Lurak auf Englisch ist er Sherry start jetzt habe ich es auch verstanden wusste bloß nicht wie du darauf kommst Chemnendel habe ich immer noch nicht rasiert als wir hatten von jemandem Stream der hat angeboten ob jemand von ihm rassiert werden will wo auch ich habe doch gesagt es wird im Stream Prozent warum macht er überhaupt das Angebot der meinte eigentlich mit rasieren bei Pokémon rasieren also zerstören was schnitzeln ja schnitzeln er rasiert wie ein Fick-Schnickel genau Fick-Schnitzel immer diese Fick-Schnickel Fick-Schnitzel Fick-Schnickel Fick-Schnitzel 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 Ach ja ich bin total Knorke ja kann man die Knorke abschneiden natürlich gut dann schneide ich dich mal ab und schmeiß weg ey ey ich hab genau besiegt lass meine Knorke ii fm-Stahlflügel will ich nicht geil wer kann's lernen inbifor inbifor Fox nein ich hab ja nicht die Attacken Kompatibilität gebläblä geändert es kann keiner aus meinem Team lernen nicht mal ähm ähm wie heißt das Ding eigentlich Ninjask Ninjask ja Ninjask Ninjask nachdem Ninjask Tom nicht mehr da ist der armen Ninja Tom äh ich weiß schon gar nicht mehr wieder gestorben ist ich find den Schalter nicht du musst zwei Schalter finden ich weiß Drachenzahn was gibt's bei mir der Schlecker ist in der Küche Hauptgag ist Muschelragoo bei mir was Currywurst Currywurst wäre mir auch lieber gewesen X-Abwehr nein X-Abwehr ne ich find jetzt dreimal X-Abwehr nein X-Abwehr X-Abwehr warum nicht Z X-Abwehr X-Abwehr zu langweilig X-Abwehr was macht das Mental Kraut nochmal Vital Kraut Beine Ahnung zum Drang gegeben werden kann es erlöst Pokémon von Anziehung meine Pokémon sind schwul der Mann gefunden beide Beide ja die Flasche nervt jaja die Flasche du musst nicht nur von dir selbst reden hey du kannst auch das ist ja an sich immer so wenn äh der Hebel ist der ist immer also wenn der erste Hebel gefunden würde würde genau ähm dann ist der Hebel ja eigentlich recht in der Nähe das heißt man muss nicht umfangreich suchen das hützt bei mir ist sowas von gar nicht weil ich immer verkacke echt was heißt der ist daneben äh irgendwo oh nein bitte Chris du überlebst ein Finale du überlebst ein Finale du 8 KP sogar mit meiner Glückszahl denn der 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 Schalter ist immer entweder links rechts oben oder drunter direkt daneben eingeht sofort aber ich finde trotzdem nicht was kann noch eine Explosion oder ein Finale überleben diese Verteidigung hast du Christ es und von 20 nein 33 und die gar nicht die Flasche was hast du gesagt überlebt es nicht und die Garia ich hab die Tare verstanden aus welchem Grund auch immer Schocks hat genug Verteidigung und gute Kf Los Tanzern explodieren Los Tanzern explodieren kein Plan jetzt macht's Bodycheck du mich auch nein heute nicht Kratzer Schutzschild Kratzer Nein Schutzschild was Tanzern benutzt Schutzschild und Body hier gefällt gerade gefällt gerade etwas interessantes auf bei mir hier am ja das auch ähm bei mir hier am Rahmen hält das Shilok Pikachu am Schweif aha wer war doch mal das Shilok Stau erstaubfusse und Pikachu war Zedos ja okay hallo Zedos C-c-sexuelle Neigungen sind hm interessant da ist sexuelle warte 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 sexuelle Belästigung Staubfusse ich will nicht sagen aber es passt zur Schwanzgröse ähm hohahaha auch das ist wirklich nicht ich werde ihm das sowas von schicken ich hab dich lieb Prozent nur der Christ der der Schreibtismus setzen die Musik vorliegen genau einer davon war das und das Geld zahlt er mir dann hoffentlich demnächst in den nächsten paar Jahren aber jetzt ich habe aber jetzt wo man nicht ist nächstes Jahr die gefälligste Arbeiten die Arbeiten dann kannst du nicht bezahlen Daki wartet auch noch auf sein Geld der Taki stimmt mir zu ach komm schon jetzt treff ich reiztun nicht mehr wegen fucking Doppelteam ist das dein Ernst nein das ist mein Günther aber der Peter er steht in der Nähte Lass den mal aus dem Spiel kann am wenigsten dafür naja einer müsste der Sintenbock sein weil Sintenbock obwohl wir Pokémon spielen ein paar Poppock ein Postfandrat trifft mal wieder was soll der Zahnkorn gesetzt er okay was ist mit es ist gesagt nicht erst er hat da ist tot Ich habe ein fettes Problem. Wie kannst du Boden-Pokémon in der Elektro-Arena verlieren? Ruck-Zuck-Heap. Wow. Und Krabda ist paralysiert. Und Krabda hat keine Verteidigung. Und, ähm, naja, durch Doppelteam hat Abda nicht mehr getroffen. Ja, gg. Ich nehme jetzt Zedos. Hm. Okay, Zedos ist aus welchem Kontor immer schneller als Reitschuh. Und Reitschuh setzt noch mehr Doppelteam ein. Ich will halt im Team, in Team arbeiten. Ah. Den Spruch hat er vorhin gebracht, ähm. Ey. Ey, ey, es war die Wahrheit. Ey. 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 Nö, ähm, ähm. Ähm. Natürlich kannst du auch noch Schockwelle. Ja, das bringt auch so viel gegen Zedos. Das macht Schaden. Ähm, 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 ähm. Ja, ganz, so, ganz zu 20 KP. Ein Zedos trifft ums Verrecken nicht. Dann lass ihn doch verrecken. Aber wenn Zedos angeht, habe ich nur noch... Äh, die ist. Ein Fussel. Ja, dann habe ich noch Pepe Rue, Staubfusse und, ähm, ja, wie gesagt. Es ist mir echt peinlich, aber was ist, was bin ich noch mehr für ein Pokémon? Äh, Smetbo. Oh, 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 oh. Und das hat keine Kleidung ankommen. Ich bin sowas von dem Eimer. Ähm. Ich bin einmal zum Günther. Boy. Ja, auch damit. Du lernst zu schnell. Nein. Oh, Hülpnose. Oh, Hülpnose. Äh. Nein. Es trifft mich mit Schockwave. Schockwelle trifft immer. Schockwave. Schockwelle trifft immer. Weiß. Da brauchst du nicht sagen, nein, es trifft mich. Äh. Ich muss jetzt auf Staubfusse hoffen. Alles andere schon tot. Du bist zu Tode. Alter, die Aufnahme geht schon über 30 Minuten. Warum? Weil Hugo meint, den Boss raushängen zu müssen. Ich hab dir gesagt, mach Bob nächsten Part. Nein. Du hörst ja nicht auf mich. Dafür halte ich die nächsten Part. Part. Genau. Part. Die nächsten Part. Äh. Kleiner. Also kürzer. So klein wie du. Tschüss, Raichu. Daubfusse for the win. Du hast es echt geschafft. Ja. Wow. Daubfusse hatte mit 8 KP überlebt. Die magische Zahl. Dö tö 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 tö. Angler Alvin setzt das Boink ein. Krieg Keil. So und ich marschier dann ist gleich noch schnell vor das Pokémon Center und dann beendet den Part. Du marschierst wie Major Bob. Ich mein, natürlich, ich salutiere. Gut, ich werde nicht in den nächsten Pokémon-Kampf gehen, dann kann ich Schluss machen. Mh, mit dir. So, Etich, setzt der Schneider ein. Etich, ähm. Ah, da ist der... Was? Oh, hallo Chris, wie geht es dir? Ich bin, äh, ich bin das, einer von Prof. Eichs Assistenten. Eiche? Hast du bereits einen anderen Assistenten getroffen? Er hatte ein Paket von Prof. Eich für dich, Chris. Er sagte, er sucht dich bei Rote 2, Chris. Wenn du bei Rote 2 bist, halte nach ihm aus, schau. So. Also, Geist, wie schon gesagt, der Partys ist ab hier beendet. Und an der Stelle sage ich einfach mal, danke fürs Zuschauen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Und hier auch, tschüss, gute Nacht, guten Abend, guten Morgen, was auch immer.